ich werde jetzt erstmal ins all fliegen ich werde den traum jedes milliardär du musst mich dann hoch bringen oder was ja sehen wir gleich was ich muss das der blitz das wäre lustig gewesen und runtergefallen ist ich meine ich bin runtergefallen jetzt kannst du da mal groß werden ah ja jetzt kann ich hier lang jetzt kann ich hier den letzten blitz holen ok jetzt haben wir zwei weitere blitze das muss jetzt hier irgendwie sehr schön sehr schön und den hebel batterie und hebel nice bosskampf willkommen eventuell vielleicht kommen jetzt auch nochmal 50 level dann machen wir den affen kaputt würde ich sagen das wäre ja affig das wäre ja affig ich kann hier drauf hüpfen ja und ich kann hier moment okay ich kann eine batterie reinstecken oh da ist ein rätsel das ein rollrätsel äh was äh ich kann eine batterie reinstecken das ist meine aufgabe hier die batterie die läuft hier durch die rätsel durch das rätsel durch äh ich hab ja äh ich hab ja nochmal ok da muss noch da muss da muss muss ich hier mal drücken oder vielleicht ah nee das kannst du das festmachen deaktiviere ich dadurch ok moment da muss ich erstmal schade bleib du da wo du bist bleib du da wo du bist nee nee äh ach das muss nacheinander gemuscheltet werden jetzt ach ja aber die batterie muss ja ach weiter ach so meinst wo du ach ja du erst ausrichten dann stellst das fest ich halte das fest ah sehr schön schön und jetzt batterie dass ist affurs die 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 val ab die drei die fach das ist seltsam Der Affe ist ein Spion. Er ist vor allem ein Stalker von Kleinkind. Das ist unangenehm. Okay, also äh, das ist schrecklich. Ja. Oh, schau. Er schraubt ihre Wellbeing. Ja, schrecklich, schrecklich. Hey, was macht das? Sie auch. Was? Oh, das kann nicht richtig sein. Ich meine, sie, sie riecht zumindest ein paar Mal jeden Tag. Wir haben alle Angst. Ja? Okay, aber... Was ist mit ihrer, äh, ihrer Angst? Was? Oh, das kann nicht richtig sein. Nein, nein, ich bin sorry. Er weiß nicht, was er spricht, okay? Lass uns aus diesem schrecklichen Ort. Hey, hey, hey. Wie geht's, äh... Wie geht's, äh... Wie geht's, äh... Wir können uns, äh, zurück zu Rose von hier? Nein, vorsichtig! Mensch, Cody. Das klingt nicht so wie das. Der Mann drückt halt gelbe Knöpfe. Kann man verstehen. Ja, Bosskampf. Das Brust-Kampf-Bosskampf ist fantastisch. Ein dreistufiger Bosskampf. Was müssen wir machen? Ich hab keine Ahnung. Ich sterbe gerade. Ah, hier... Auf den Knopf drüber, ihn auf den Knopf lenken wahrscheinlich. Äh, ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Du musst zu mir. Du musst zu mir rüber. Du musst zu mir rüber. Ich komme. Ich komme. Du kannst auch mit Shift ausweichen. Nee, das wird nix. Er ist bei dir. Ja, wenn du nicht den Ausweich-Move machst, dann wird das auch nix, weil du einfach im Raum spawnst. Das war knapp. Ich bin gleich tot. Nein, ich hab wieder Leben. Oh, Scheiße. Jetzt nicht gleichzeit sterben. Ich bin tot. Überlebe. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Was haben wir hier jetzt? Ich hab ne Kugel. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich komm zu mir. Oh nein, ich hab den Laser. Geh du auf den Knopf. Auf welchen Knopf? Auf den hier. Den hier. Den hier bei mir. Verdammt. Ja. Ich bin schon unterwegs. Beeilung. Weich doch aus. Ich weich aus. Du hast nicht so lange überlebt. Dass er denn noch nicht verfolgt hat. Oh, Scheiße. Ach, das kriegen wir hin. Wir müssen ins Seil springen. Oh nein. Das ist schlecht. Ich bin tot. Ich bin tot. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Scheiße. Noch mal von vorne. Ja. Aber jetzt wissen wir wie es geht. Wir bleiben jetzt zusammen. Würde ich sagen. Ja. Okay, du musst auf den Knopf. Ja. Schnell. Ich bin tot. Ich versuche zu überleben. Ich versuche zu überleben. Ich spawne hier. Ich spawne hier. Eigentlich bin ich ganz am anderen Ende. Warte, ich komme. Siehst du? Ausweichen und dann kann er dir gar nichts. Du musst nur Schiff. Aber ich habe auch ein halbes Leben verloren. So lange, bis die Einrastfunktion ankommt. Dann bist du am Arsch. Und ich bin nicht. Hat jeder jemals die Einrastfunktion genutzt. Hat jemand die ausgestellt bekommen? Ich bin tot. Ich sterben. Also es gab mal eine Verdiebigkeit. Ich weiß nicht wie es bei Windows 10 und 11 ist. Ich bin auch auf Windows 10. Ich habe Windows 11 noch nicht installiert. Ich habe Angst, dass meine Funktion zerstört. Ich habe Angst, dass du meine Vor-Einstellung kaputt machst. Und sehr schlecht übersetzt. Dann bleib ich vorher erstmal bei 10. So, hier. Nicht sterben. Zumindest nicht gleichzeitig. Oh nein, du droppst hier die Bomben bei mir. Und bei dir. Du droppst hier bei beiden. Versuch nicht drauf zu gehen. Okay. Wer hat jetzt den Knopf? Ich wahrscheinlich. Äh, Laser. Laser zu mir. Kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Ja, aber das ist oben. Ich muss oben hin. Ah, das wird nichts. Ja, irgendwie. Hat das? Ja. Ich bin tot. Auf ihn drauf. Du kannst irgendwas machen. Ah, du kannst ihn werfen. Ich werde ganz groß. Oh nein, Mario 64. Oh, ich kann was machen. Ich kann den Laser kaputt machen. Ah, sehr schön. Ich fasste auch nichts an. Was? Nein. Du hast ihn einfach unten berührt. Raketen. Oh nein, scheiße. Verfolgungsraketen. Ich bin tot. Schleide ihn auf ihn zurück. Raketen. Auf ihn drauf. Auf ihn. Auf ihn mit Gebröhe. Ja, ja. Ich bin tot. Keine Sorge. Ich muss nur lang genug ausweichen. Und das sind sehr langsame Raketen. Scheiße. Ach, man muss den nur lang genug... Okay, verstehe. Jetzt hab ich auch langsam kapiert, was ich machen muss. Ah, verdammt. Ich schaff's aber nie. Nicht sterben jetzt. Kein Problem. Das ist eine sehr einfache Phase. Das war... Nein. Ich bin schon wieder tot. Was passiert denn jetzt hier? Wir ziehen ihm keine KP ab. Ja, weil ich grad verkackt hab. Und ich... Ich schaff die Raketen nicht. Alter. Ich schaff die Raketensteuerung nicht. Nein, 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 nein. Verdammt. Ich bin zu blöd für die Raketen. Alles war ein Schiff ausweichen. Ich bin zu blöd für die... Zum Ausweichen. Sag ich's. Ja, ich kann nicht ausweichen. Zum Beispiel zum Ausweichen. Also Schiff drücken. So schwer ist es sich, also Schiff zu drücken. Ja. Hätten wir es wieder. Ach, Schiff. Schiff. Steuerung. Nein, 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 nein. Ich hab eine. Der Raketensteuerung... Nein, 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 nein. Verdammt. mit denn er geht nicht gern und ich kenne mich wie bei dem Kampf hier einfällt hast du den Fehler zu dem zweiten Sonic Film gesehen? den ersten habe ich aber geguckt damals das war übrigens der letzte der Sonic Animationsfilm das war der letzte der letzte Kinofilm den ich vor der Pandemie geguckt habe danach waren die Kinos zu und danach fingen die Pandemie an ja das kann ich mir vorstellen die Pandemie war schon mal laufen aber es war oh scheiße wir sind tot von vorne oder Checkpoints ah Checkpoints sehr schön ja natürlich Checkpoints ich habe jetzt den Trailer von dem zweiten Film gesehen gute Arbeit und der Film sieht unglaublich gut aus nicht über Sonic reden Raketen bekämpfen nein ja trotzdem die Rakete ist nicht sonderlich schwer wenn man minimal konzentriert ist ich werde jetzt nicht mit dir über was anderes reden ich bin nicht ich kann das nicht ich bin zu schlecht dafür sehr toll ich bin in die Rakete rein ausgewichen wir verlieren hier nichts äh was wo bin ich ich falle du bist du bist oben oh ich habe eine Rakete ich bin auch ist das nice ich bin bei einer Rakete gespawnt ich bin bei einer Rakete gespawnt ich bin bei einer Rakete gespawnt ist das nice nein du bist an der Decke gespawnt genau genommen auf der Rakete gelandet ja ja Schiff 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 ich drücke wie willst so wir haben beide Raketen ok oder ich habe zwei Raketen je nachdem ich habe eine Rakete die ich versaufe ja nice die verschafft uns tot ja nicht sterben ja glaub ich sicher ja Se count cido ja doch sehr ganz ja ellen nicht sterben ja allein Schiff mach ich nicht mehr Herr passen nein ACK sie liegt sie ist verdammt da musst du rein als kleiner ok ach du scheiße darf ich nicht sterben oder was ja und ich besser auch nicht oh scheiße er hat mich unter der Sicht zerdrückt ich bin gleich tot alles gut ich nicht ich bin tot ich auch gleich komm zurück komm zurück ich bin zurück noch lebe ich 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 ich bin tot und sterben nicht sterben und bloß nicht sterben alles gut ich bin ich bin ich bin bei seinem Buschigen Schwanz beeil dich das ist mein Fuß das könnte ihm alles geben ich kann mich gerade nicht auf das konzentrieren was du machst ich muss mir noch eine Aufzeichnung angucken konzentriere dich auf dein Zeug ich konzentriere mich auch voll auf meins das war cool im schnitt als die ersten beiden parts schon geschnitten habe zu sehen was du gemacht hast dein teil zu sehen weil das meint man sieht das ja nicht wenn man selbst spielt man guckt man trotzdem rinz auf seine Hälfte das ist halt ja außer außer in dem im Minispiel bei dem wir uns gegenseitig killen müssen dann guck ich meistens bei dir auch hin bin nicht tot ach du scheiße ist das unentspannt hier nicht sterben nicht sterben ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh man kleiner Typ bleib am Leben du musst dir das meinen du musst das in deiner Aufzeichnung dir mal angucken was bei mir abgeht das ist alter Schwede das ist alles rot hier ach du ich bin tot nicht sterben nicht sterben alles gut es ist alles bei mir ist alles rot hier bei mir ist alles voller laserstrahlen ich bin ich es kann eigentlich nicht über ich bin er fliegt mach es immer unentspannt bei mir hier oh mario galaxy anspinnung in der tat hey mei was ist passiert du knallst dich auf dem Planeten du knallst dich auf dem Planeten ich habe etwas gefunden ich glaube wir können es nutzen nicht zu tun du kannst es nicht ja nur vertraut mich behalte ihn in der Sicht okay was tust du jetzt wird geballert ah jetzt kannst du ihn abballern äh 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 ah ich fliegt das fliegt das Raumschiff und du ballerst jetzt auch schaut ah da ist der Affe schießt den Affen ja er lebt noch glaub ich sie stehen auch nirgendwo ja äh nach unten rechts unten rechts unten rechts unten rechts 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 vorne rechts vorne 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 dass er sieben links 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 ganz links 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 in den dritten links und da war ja 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 fast fast ich sehe ihn schieß schieß jetzt ich kann nicht jetzt die server sind langsam reißen wir ihm sind die maßen aus ha 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 moombaboon wie kommen wir zurück zu Rose ich kann dich nicht schlagen ich bin ihr beste Freund Hallo, sie hat dich seit Jahren gespielt ok ihr habt ihr monitoriert komm, einfach preis dir die Anrufe vielleicht können wir dir helfen, dass wir wieder Freunde werden huh? du denkst du so? ja ich kann mich für Rose wieder mit dir spielen aber du musst uns helfen, dass wir wieder zurück zu ihr oh 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 wir sind so furchtbare Menschen oh 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 du musst so ein rapping, dass du nicht seinst. Wir sind so furchtbare Menschen. Oh, sie ist da oben! Rose! Darling! Das ist vielleicht verrückt, aber es ist uns. Es ist Mom und Dad! Mom, wir brauchen deine Hilfe! Schau, wir sind in einer Parallelwelt. Oder so. Sie, sie kann uns nicht sehen. Schauer, wir müssen sprechen. Wir brauchen deine Tränen, um den Schiff zu brechen. Darling! Jetzt kommen Sie mal wieder auf den falschen Schluss. Was werden wir tun? Warte, warte, schau. Was? Wie geht die Halt? Das Auge aus! Das klingt gerade ganz scheiße. Was? Hast du irgendwas mit der Mikro gemacht? Das klingt gerade übel. Ja, ja, ich habe verstanden, dich gegen meinen Pop-Schutz gehauen. Das klingt gerade übel. Ja, das ist perfekt! Besser? Nein. Ich weiß. Oh, der Elefant. Nein, nein, nein. Wir zerstören den Elefant. Wir machen große Idee. Oh, das ist so furchtbar. Das ist so furchtbar. Great Idee! Fantastische Idee! So schlechte Menschen. Wir zerstören ihr liebiges Spielzeug. Oh, fantastische Idee! Wir bringen sie zum Heulen. Wir bringen unsere Tochter zum Heulen. Oh, schau dir die Klee-Face. Ja. Oh! Vor allem den Bienenstoch zu zerstören und den Baum. Ich glaube, den haben wir vorhin so schön. Okay, ich würde sagen... Ich würde sagen, dass das Mädchen zum Weinen bringen, tun wir beim nächsten Mal. Nächsten Stream. Ja, wir sind jetzt dreieinhalb Stunden dabei, also... Ja. Ja, genau. Wird langsam wie du. Na dann. Oh, Moment, hier war glaube ich ein Minispiel noch. Das können wir doch eben machen. Können wir das beim nächsten Mal machen, oder? Ich dachte, dass sie das Elefant ausgewählt hat. Und sie hat es. Ach ne, das ist was anderes. Das, was ich meinte, kommt später. Na dann. Alles gut. Wie groß ist eigentlich ihr Zimmer? Ohne Scheiße, wer zahlt für sowas hier? Wir sind winzig klein. Ja trotzdem, wer zahlt für sowas hier? Du. Schau dir das an. Ich bin arbeitslos. Du bist ein bisschen mit mir reden. Ja. Drum geht's. Oh, acht. Das machen wir das nächste Mal, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Na dann. Oh, Mensch. Hier ist das Weltraumlevel. Was gibt's hier für schmutzige kleine Geheimnisse? Kann ich Lichtschattenfiguren machen? Guck mal, ob ich da Schatten, ob es einen Schatten gibt. Ja, ich glaube nicht. Oder? Ja. Wir werden nur ein Schatten bekommen. Schade. Du warst in der Sockenschublade und hast da das letzte Mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, warum. Okay. Wir werden es einfach finden. Nix drin. Ist interessant. Ja, ich muss mal eben das Spiel ein bisschen leiser machen. So. Okay. Ich kann das Spiel für mich gar nicht leiser machen. Oder? Dann lässt es so. Doch, hier. Da ist das Spiel leiser machen. Oh, wir sind Würfel, Morty. Kann ich aber nicht aufheben, weil er am Boden feststeckt. Dann ist das wohl so. Das hier ist so ein Diabolo. Kennst du die Dinger noch? Ja. Da gab es noch so Schnüre dazu. Sau mäßig laut. Sorry, ich höre dich kein Stück. Okay, wieso ist das Spiel so laut bei dir? Bei mir ist es ganz normal. Warum gibt es bei dir am Anfang immer so viele Probleme? Ich muss das letzte Mal zwangsläufig ein Windows Update machen. Heißt, es ist wieder alles ruiniert. Kannst du es gerade mal einstellen bei dir, damit du mich mal hörst. Alles gut jetzt. Ah, okay. Du hörst nämlich jetzt wieder. Okay, lass die mir und hörst du. Was ist das Leben? Eine Achtung. Ah, okay. Dann können wir rüber. Aha. Au, nein. Danke. Ja, das musste ja mal sein. Schön. Hm. Gut, ich wurde jetzt hier unter diesem Buch. Ja, ähm. Ja, ähm. Ja, das musste ja mal sein. Das ist doch meine Frage noch nicht geantwortet, ob du schon, äh, ob du mal ein Diablo hattest. Ja, habe ich tatsächlich alles gehabt. Ich war nicht gut, aber ich besaß eins. Vielleicht hat sich auch mal gehabt, weil das irgendwann mal, das, das war irgendwann mal Trend in der Schule. Oh, ich habe ein Minispiel entdeckt. Nein. Rodeo. Ja. Ich komme schon. Das war irgendwann mal ein ziemlich heißer Trend bei uns. Das war einfach. Bei jedem. Vielleicht mir das dann auch geholt. Bleib mir möglichst lange auf dem Bullen. Ja, so funktioniert Rodeo. Ich wäre so weit. Ja, ich auch. Oder auch nicht. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Ich habe dich gelesen. S. S drücken. S. Oh nein. Ah. Quicktime Events. Oh weh. Ach, scheiße. Noch eine Runde? Noch mal. Okay, ich muss die ganzen, die ganzen Tasten drücken, um bevor zu sagen. Ja, Quicktime Events. Wie ASD wahrscheinlich. Vielleicht auch X. S. Ah. Das war D. Verdammt, S. Ich komme. Ich habe dich beide. Komm. Ah. Verdammt. 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 Schon wieder? Revanche. Alles klar. Von mir aus machen wir den ganzen Abend nur das Rodeo. Nein. Nein. Das nicht. Ich will es mal ansatzweise versuchen. Versucht haben. Gut. Hier. D kann ich noch nicht so gut. 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 Ach so. Liegt deine D-Taste irgendwie auf... Oh Mann. Das war... Das war schlecht. Warte bei mir. Liegt deine D-Taste irgendwie auf dem Num-Pad oder was? Nö. Ich klicke immer daneben. Meine Fettfinger sind zu fett. Äh. Warte. Verdammt. Wiegst du irgendwie 500 Kilo oder was? Äh. Ne. Ach komm. Lass gut sein. Meine Fettfinger sind zu fett. Ich klicke immer aus Versehen auf die S-Taste. Hey. Ja. Das ist ein Blutpitt der Tod, natürlich. Jetzt muss ich dich ziehen oder was? Als ob. Ja. Ziel richtig. Du willst auch durch den Weg, oder? Das war gut. Au. Gut. Du gehst... Okay. Du gehst erstmal rein. Ich kann hupen. Da lang wolltest du, oder? So ungefähr. Das war knapp. Du bist dran. Wie? Autsch. Du wusstest, was passiert. Geh rein. Na komm. Jetzt mach. Ich muss über deinen Bildschirm zählen. Ich muss über deinen Bildschirm zählen. Das ist nicht so leicht. Kannst du auch über deinen zählen. Ne, ich muss tatsächlich über deinen zählen. Ich hupen ein bisschen. Oha. Was war denn das jetzt? Du wusstest doch was passiert. Das hab ich verdient. Cool. Nicht zu weit. Äh, so ungefähr. Ja, probier's mal so. Was? Ja, verdammt. Als ob. So, komm. Das kriegen wir schon am Beginn. Ähm, so vielleicht? Vielleicht? Ne. Was? Warte mal, warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Setz dich mal rein. Setz dich mal rein. Ah ne, vorwärts verschieben kann ich das nicht. Okay, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Versuch mal was. Ähm. So jetzt hier so. Lol. Okay, das ist schlau. Äh, das ist aber viel zu viel. Ich fliege doch wieder in die Decke. Ne, 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 ne. Da müsste ich noch ein bisschen gerade ausrichten. Let's maybe... Also ob. Lass mich nochmal schießen. Vielleicht machen wir das ganz einfach irgendwo. Das ist relativ gerade und jetzt... Ah, nice. Yeah. Okay, aber es hat geklappt, oder? Ja. Ja. Ich bin explodiert, aber... Ich hab kein Achievement. Ich hab kein Achievement. Was? Okay, Moment. Dann schießt du nochmal. Ach lol, du hast ja auch nur den Fettpass. Ja. Hast du sonst Achievements? Stimmt. Ich krieg ja keine Achievements. Ich krieg gar keine Achievements. Die kriegst nur du, weil ich den Fettpass habe. Ich will das Achievement. Na toll. Ich bin ja auch nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020